Glück auf Schalke! Zu Beginn zwei Empfehlungen zum Hören und zum Schauen und dann Peter Ballett verlässt den S04 mit sofortiger Wirkung. All das in dem Video. Schreib deine Meinung gerne mal unten in die Kommentare und abonniere natürlich auch gerne den Kanal, um auch kein Video mehr zu verpassen. Zu Beginn zwei Empfehlungen. Als allererstes ein Interview mit Matthias Tillmann auf dem eigenen S04-Kanal, denn dort redet er nochmal über das Thema Fördergenossenschaft und am Freitag, dem heutigen Tag, soll es dann auch den ersten Brief online geben, wenn ihr euch für diesen, ich nenne es mal Newsletter, angemeldet habt. Ich bin sehr gespannt. Ich werde natürlich darüber berichten, was dann am Ende da drin stehen wird, weil ich mich selber halt auch angemeldet habe und selber da ein paar Informationen möchte. Aber im Interview fand ich sehr interessant, dass es dann mal so ein paar Einblicke gibt, was ist der Plan. Wie soll das gemacht werden? Es ist natürlich auch brutal irgendwo, weil anscheinend hat man jahrelang so misswirtschaftet, dass das Ganze jetzt auch auf den Kosten der Fans abläuft. Klar, wir haben nun mal eine große Fanbase und klar, hier sind auch viele, die wollen auch mit eingreifen, aber es ist natürlich schon eine Nummer krass. Auf der anderen Seite gibt es einen Podcast, der nennt sich 50 plus 2. Ich gehe davon aus, dass vielen das schon bereits was sagen wird, ist unter anderem von manchen der Culture Berlin Jungs auf YouTube und dort gab es jetzt eine Sonderfolge mit Bastian Utschipka. Der war ja selber ein paar Jahre auf Schalke und hat ehrlicherweise so ziemlich die dunkelsten Jahre miterlebt. Das bedeutet, ist zur ersten Tedesco-Saison dann schon dabei gewesen, wo wir ja Vizemeister wurden und ist dann am Ende ja wieder gegangen, als wir gerade abgestiegen sind. Und dort erzählte in knapp fast einer Stunde so ein bisschen von den Höhen, aber auch Tiefen, von Hintergründen, was passiert ist, wie man sich gefühlt hat, wie man vielleicht auch versucht hat, irgendwie das Ruder rumzureißen, warum es dann am Ende doch nicht funktioniert hat, wie ich finde, eine starke Hörempfehlung und für jeden Schalker ein absolutes Muss, um so mal ein bisschen im Hintergrund zu verstehen, was da teilweise abgegangen ist. Peter Ballett verlässt den S04 mit sofortiger Wirkung aus privaten bzw. familiären Gründen. Das gab der S04 gestern bekannt und da man nicht genau weiß, was los ist, hier natürlich an allererster Stelle erstmal vielen Dank für die Mitarbeit und ganz wichtig, alles Gute, was auch immer dann am Ende der ausschlaggebende Grund ist, war er ja jetzt erst im Juli gekommen und hat insgesamt dann nicht so wirklich viele Spiele mitgemacht. Sieben unter Karaj Gerz, zwei unter Jakob Fimpel, eins unter Kees van Wonderen jetzt dementsprechend. Der war nicht wirklich lange da, man muss auch sagen, der hat jetzt keinen für mich krass beleimenden Eindruck hinterlassen, dementsprechend das ist jetzt nicht, wo ich sage, dem weine ich jetzt komplett nach, aber der hat sich auf der anderen Seite auch nichts zu Schulden kommen lassen, dementsprechend da einfach alles Gute. Natürlich haben sich beide Seiten dazu geäußert und das möchte ich hier mal kurz vorlesen. Wir beginnen mit der Schalker Seite. Wir respektieren Peters Entscheidung und können gut nachvollziehen, dass er aus familiären Gründen in seiner Heimat zurückkehren möchte. Für seine Arbeit mit der Mannschaft sind wir ihm sehr dankbar. Wir wünschen ihm und seiner Familie für die Zukunft alles Gute, so beim Manga-Direktor, Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Gleichzeitig auch Peter Ballett mit einem kleinen Statement noch. Ich möchte mich bei allen Schalkern herzlich bedanken. Es hat mir große Freude bereitet, für diesen besonderen Klub mit seinen vielen Fans zu arbeiten. Dennoch hat die Familie Priorität für mich. Deswegen habe ich um die Auflösung meines Vertrages gebeten. Ich wünsche dem Trainerteam, um Käse, der Mannschaft und allen Anhängern alles Gute für die weitere Saison. Absolut fair, absolut in Ordnung, familiäres immer an Nummer 1. Ganz, ganz wichtig. Gleichzeitig muss man sagen, es ist auch irgendwo für den S04 vielleicht fast eine gute Entscheidung. Muss man auch mal so überlegen, weil natürlich wurde der noch unter Karel Gerz geholt, als Idee mit Karel Gerz zusammenzuarbeiten. Damit hast du jetzt eben einen weiteren Co-Trainer weniger, beziehungsweise da wird es dann noch über die weitere Zusammensetzung, wird es in den kommenden Wochen dann eben neue Informationen geben. Ich gehe mal davon aus, dass Käse von Wonderen dann noch einen neuen Co-Trainer bekommen wird. Wer das am Ende sein wird, keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Und nein, ich gehe nicht davon aus, dass es Bujo Büskins sein wird, weil den Kommentar habe ich ein paar Mal gelesen. Das würde mich sehr stark wundern. Wäre natürlich irgendwo eine coole Sache, aber das glaube ich nicht. Also das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass man das auf Bujo-Seite machen möchte, aber auch nicht auf Schalker-Seite. Dementsprechend bin ich mal gespannt, wer da kommen wird. Halte euch hier natürlich auf dem Laufenden. Und heute gibt es natürlich dann auch noch den Vorbericht, Schalke 04 gegen die Spielvereinigung führt. Das kommt dann später. Ich bedanke mich bei dir für das Zuschauen. Schreib deine Meinung zu allen Themen gerne mal in die Kommentare. Hast du den Podcast oder das Interview schon gehört, respektive gesehen? Schreib es unten rein und dann sehen wir uns beim nächsten Video.